Ja, ist schon falsch. Dammit. Hap. Hap, so. Ich muss das schnell zuschieben dann, wenn das hoch ploppt. Gut. Oh nein, die Schuhe werden schon nass. Schnell, schnell, schnell. Und das treibt jetzt diese Kiste weg. Bein ist weg, wie was? Bein ist weg. Oh Gott, 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 oh Gott. Ist ein bisschen schief. Ich weiß leider nicht, worüber ihr redet. Ah. Uh, Solavium. Schön. Vielleicht, dass wir die ganze Zeit irgendwo unter der Erde sind. Okay. Ah. Ah. Hm. Hm. war wichtig Splatsch Splatsch nach meinem Geschmack sieht das ist mein Faktorium drücken ähnlich oh nein toll so na wir sind nicht wieder in die Richtung hä er sucht sich ja die Richtung aus hör doch auf in die Richtung zu lauf ja ich kann ja die Kiste nicht nehmen hä gerade eben ok ok so jetzt laufen wir erst wieder nach links äh links geht nicht ach wie jetzt das Licht Licht magst du nicht wir wenden ja hopp klettern ach klettern darf ich jetzt selber ih sind das Kackehäufchen ne das schlecht da sind noch Kackehäufchen dabei oder da springen wir nicht ja das war jetzt blöd ach genau in dem Moment wo ich gesprungen bin ne da ist auch wieder Licht oh nein das Wasser steigt aber weil wir was kaputt gemacht haben ne hm 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 glaube ich hätte mich beeilen sollen ne hm 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 und zurück aber wohin äh ist das nach oben klettern aber wohin halt und genau in die andere Richtung so hab hab Ja, wenn denn? Ich hätte die Kiste wahrscheinlich gebraucht, ne? Kriege ich jetzt halt nicht mehr. Ja. Ja, nur... Oh! Natürlich, er hat nun wieder von ganz von Anfang. Woher soll ich wissen, dass er da in Rohr kommt? Man ist ja gar nicht unter Zeitdruck oder so. Nein, nein. Ach, frech. Absolut frech. Ja. Das ist auch absolut Lack, dass das überhaupt in dem Moment gekommen ist. Wop. Und wop. Dann warten wir jetzt. Hm. Wir haben Zeit hier. Wir haben zwar den... Ah, da oben sind die Fresser. Ah, sehr gut, sehr gut. Woher soll ich wissen, dass der andere Rohr kommt? Ja. Da guck. Woher soll ich denn wissen, dass das daherkommt? Warten wir jetzt noch ein bisschen. Ah, noch ein Stück. Ah, das war ein bisschen zu früh. Ne, gut. Danke. So, mein Kopf ist wieder mir. Steigt das Wasser jetzt immer weiter? Ja. Oh, wieso denn? Ich muss es einfach probieren. Hm. Na gut. Nicht. Hup. ich bin nicht hoch an die leite nie rüber ich will schon da rüberkommen muss doch irgendwas sein was ich ziehen kann ich halt mal die halten taste nichts zum greifen mal gucken wie weit ist das wasser gestiegen ach so nur soweit kante wird springen wir aufs wasser warten es wird auf es geht doch auf habe ich nicht erwartet dampf da wohnt jemand da gibt's essen oh gott sorry für die dachziegel die ersetzt dir meine haftpflicht schnell schnell siehst du ich habe mich schocken lassen toll natürlich drückst du vorher woher das verhindern willst hoch hot hot top hotel das tee fällt mir doch gleich so ist mir noch auf den kopf es hat gelegt habt ihr es gesehen es hat gott oh du scheiß gehen wo ist safe und festhalten nene wirklich gelehrt das hat man gesehen los haben macht ich bin doch sofort gesprungen das kann ich auch nicht sein oh gott oh gott das t ist kaputt ah bei dem t ist ein kabel runter roma aus ok ist kein zimmer frei von daher hotel da wo und klar gott ich will aber gar nicht darunter wenn ich hier sein da unterstellen das schlägt nämlich nur so halb an ich glaube wir sind einfach klein so langsam oder kann es sein war alles andere sehr benutzbar groß es ist doch los hmm hmm Hab? Hör auf was naja hau Gott nicht erwischt oder die getan glaube ich nur wirklich ich erst mal man selbst kommst du klar natürlich nicht und jetzt springen ach come on blöder affe zeitfenster sind ja das sind immer diesen spruch du bist das so teils richtig weiter als zeit so jetzt aber hab das hier irgendwie dieser detlef die soesten mal zu irgendeiner gesagt hat so kommen wir da nie hin doch komm ich möchte aber glaube ich nicht so ganz runter welches hat was gesagt ist jetzt die jugend hier waren selten als ich ne habschie warte mal nur andütschen so teig ist es ah nein hier ist schon wieder blöde kopfmade wo ist das archiv mit verwirrt das habe ich schon lange bekommen im leben ich will da nicht hin aber wo ist denn das hotel jetzt denn hier geht es aber auch nicht weiter ich will die kopfmade net kommt mal oder kopfmade beides nicht das ist den kompletten weg darüber laufen da haben wir umdrehen weil wir hier licht ist so kopfmade mögen nämlich kein licht so mach immer den ganzen weg zurück man kann nicht hüpfen so langsamer langsamer also so kann ich nicht gehen das ist normal das ist gespeedet und das ist wenn ich eigentlich nach links drück so aber hier ist doch jetzt auch zu hell oder da ist eine kiste das sieht doch aus als würde das wehtun oder ich wollte nicht an die kiste sein ach da klettert er jetzt automatisch drüber na toll ja hopp hopp ich kann halt nichts anderes tun gerade als zu laufen und zu springen button so jetzt langsamer langsamer oh gott oh gott oh gott zu früh hallo tony einen wunderschönen guten abend aber richtig so und jetzt langsam ich bin doch schneller und weiter und ich glaube den schlimmsten Teil des Spiels habe ich halt aber überstanden auf jeden Fall jetzt sind wir nur noch bei Rätsel zum Glück also wir sind auch schlimm aber na warum hüpfst du denn was bist du denn für ein Apfel ja schieben wir es mal auf deine Kopfmade das Hüpfen war saudumm jetzt erschlägt mich die Kiste nämlich ne heute dauert selbe Sendung ach vorerst immerhin grusel ich mich nicht mehr der Anfang des Spiels war ähm sehr achtbeinig na geht doch na geht doch warum bin ich gleich so hier ach danke fürs Essen so wunderbar was ist das denn für ein Affe der Affe ist für den Monitor ich ein Affe bin ich tot? bin ich tot? ich bin tot hm hm ah ja hm 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 okay, da komme ich nicht drüber so, ich muss jetzt warten und jetzt er fehlt mir ein Bein und auch alles andere gegen diese Bots muss ich nochmal was machen, die sind komisch nein, das ist weg ne los, komm hallo Captain wie soll ich denn da rüberkommen ok, so Kopfkommade ist aber weg da ist den ganzen Scheißweg da komme ich doch nie wieder hoch doch, da komme ich warten, geht es noch ein Stück weiter hä nein, so funktioniert Physik nicht Spiel, hör auf zu lügen irgendwie ein Video hier gucken und bei Päonen das Audio hören ist seltsam ja ich glaube, das passt nicht so ganz ach Gott, muss ich das jetzt wirklich und hier runter und hab ist das so ist das aber das schau ich doch auch wait okay okay überhaupt nicht gefährlich nein, nein kein bisschen die Kopfkommade kommt aber auch nicht mehr so da konnte man ja drüber laufen und hier ist eine Kiste und diese Kiste ey damit nicht geeignet für kleine Kinder dieses gelben nein ganz und gar nicht so, ich möchte hoch hoch legen mich hoch hoch hm ist hier noch was nein ist die Kiste um da wieder hoch zu kommen da stimmt aber nicht so wir laufen jetzt noch mal ganz zurück so Kopfkommade ist weg da ist das Seil mit dem wir runter gekommen sind das umgeworfene Zeug hier kann ich aber auch nicht benutzen und den hier kann ich auch nicht festhalten also bringt mir das auch nichts ähm ja was mach ich denn mit der Kiste jetzt die muss hier für irgendwas gut sein aber für was wo komme ich mit der Kiste hin so Kiste schieben ja dieses Gatter hier so hoch hoch hallo nicht so ganz ne und über diese Kante höre ich die Kiste auch nicht hoch hoch genug Hattest du Inside schon gespielt? Nope, aber gesehen. Bei mehreren sogar. Und ich habe es auch nur jetzt heute gespielt, weil Halloween und ich wusste, da sind böse Spinnen und die waren schlimmer als erwartet. Ja, was mache ich denn jetzt hier? Ich muss doch irgendwie aktivieren. Ist das ein Halter? Ja, das sieht aus, als würde man da... Ach, das ist eine Trittkante. Hm. Ja, guck mal, das wackelt noch. Das schwingt noch aus.